Auch zur La Liga Saison 23-24 gibt es natürlich noch mein Team der Saison, welche 11 Spieler meiner Meinung nach am besten performt haben und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Was das System angeht, spiele ich in einem klassischen 4-2-3-1, auch wenn die Besetzung je nachdem ein bisschen kurios ist, aber mehr dazu dann gleich. Im Tor spielt natürlich ein Torhüter, alles andere wäre ganz komisch und zwar ist das tatsächlich keiner von einem Top-Team. Es ist Alvaro Valles, der spielt bei Ude Las Palmas, die sind ja aufgestiegen in der Saison davor, dementsprechend die haben eine recht stabile Saison gespielt. Vor allem die Defensive war stark, haben für einen Aufsteiger relativ wenige Gegentore bekommen und er hat seinen Teil dazu auf jeden Fall beigetragen. War auf der Linie stark, aber ich fand auch immer mal wieder, wenn ich sie gesehen habe, dass er mit dem Ball am Fuß auf jeden Fall was drauf hatte und ansonsten war jetzt kein Torhüter, der besonders heraussticht. Deshalb habe ich mich hier auf ihn festgelegt. Natürlich kann man noch welche erwähnen mit Gazzaniga von Girona, Mamadashvili von Valencia, der auch in der Liga wie bei der EM am meisten Tore verhindert hat statistisch, allerdings schon so seine Probleme mit Ball am Fuß hatte und Unai Simon von Athletic Bilbao. Rechtsverteidiger ist bei mir ein gelernter Rechtsverteidiger, der in der Saison aber meist eher auf links gespielt hat und zwar natürlich Stuao Cancelo vom FC Barcelona. Er war für mich der absolut gesetzte Außenverteidiger in diesem Team der Saison, daher habe ich ihn jetzt rechts gepackt, weil ich den Kandidaten links besser fand wie alle Alternativen rechts. Auch wenn es da ein paar gibt mit Koundé von Barcelona, Jan Kuto von Girona und auch mit Guesa von Celta Vigo, ist ja gelernter Innenverteidiger, aber hat diese Saison tatsächlich viele Chancen kreiert, aber letztendlich eben Cancelo. Und dann machen wir doch gleich die linke Abwehrseite hinterher und da spielt bei mir Miguel Gutierrez von Girona. Die haben ja eine absolute Überraschungssaison gespielt, auch wenn es für mich nicht allzu überraschend kam. Aber dass sie letztendlich in die Champions League kamen, war auf jeden Fall schon eine Überraschung und er hat seinen Teil da auf jeden Fall zu beigetragen. Extrem flexibel, kann sowohl die Breite besetzen, aber auch inverse agieren und er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Gab natürlich auch nicht allzu viele Alternativen. Ich habe hier keinen, den ich erwähnen würde, wenngleich Cancelo natürlich eher links war, aber das habe ich ja gerade schon erklärt. Gehen wir über in die Innenverteidigung und da muss ich tatsächlich mal festhalten, mir hat fast kein Innenverteidiger über die komplette Saison hinweg gut gefallen. Also ich habe jetzt Rüdiger reingenommen als linken Innenverteidiger. Der ist einfach so ein bisschen sinnbildlich für die gute Defensive von Real. waren ja mit Abstand die beste Defensive, die wenigsten Gegentore bekommen in La Liga in der Saison und Rüdiger war einfach der Innenverteidiger, der immer fit war, im Gegensatz zu seinen Kollegen auf der Position. Alternativen gab es ein paar, zum Beispiel Sergio Ramos, Lejeune, Rayo von Mallorca, der aber ein paar Spiele zu wenig hatte, sonst hätte ich den vielleicht reingepackt und auch Daily Blind von Girona. Aber ganz ehrlich, mich hat keiner davon so überzeugt, dass ich ihn hier reinpacke und deshalb habe ich einen Mittelfeldspieler, beziehungsweise eher einen Offensivspieler in die Innenverteidigung gepackt mit Shoot Bellingham. Ja, lacht mich aus, das ist natürlich sehr kurios, aber mir haben in der Saison so wenige Verteidiger gefallen und offensiv so viele. Da musste ich auch einige rauslassen, die ich unbedingt gerne drin gehabt hätte, es aber letztendlich einfach nicht geschafft habe, weil da so viele so gut waren. Bellingham muss natürlich rein, war wahrscheinlich der beste Spieler der Saison und er ist der Mittelfeldspieler, dem ich noch am ehesten zutrauen würde, Innenverteidiger zu spielen. Auch wenn er ja teilweise wie eine Art Stürmer eingesetzt wurde. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das anders hätte bauen können, dass es, was die Positionen angeht, besser passt. Aber das mit Bellingham ist jetzt die einzige Besetzung, die ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ansonsten ist es ziemlich positionsgetreu, beziehungsweise komplett. Denn mein Sechser ist Leverkusen-Neuzugang, Alex Garfia von Girona. Ist ja da so ein bisschen weiter nach hinten gewandert im Verlauf der Saison schon vor der gerade vergangenen Saison und macht es seitdem überragend. Ich würde sogar fast sagen, er ist Weltklasse auf dieser Spielmacherposition in dieser Rolle und erhoffe mir auch sehr viel dann in der Bundesliga von ihm. Und deshalb musste er hier auf jeden Fall rein. Ansonsten waren noch Pepe Lu von Valencia und Subimendi von Real Sociedad erwähnenswert. Also die allesamt als Sechser. Jetzt kommen wir zu den Achtern. Und da ist es für mich tatsächlich ein Deutscher geworden, der nicht Toni Kroos heißt. Und zwar Ilkay Gündogan. Denn wie ich finde, war er richtig stark bei Barca. Das hat man hier in Deutschland zwar nicht so wirklich mitbekommen, aber er hat einfach seinen Stiefel weiter runter gespielt wie bei Manchester City. Und auch wenn es bei Barca natürlich nicht so lief wie dort, Gündogan hat konstant gut performt wie ich finde und muss deshalb hier auf jeden Fall rein für mich. War auch egal, ob er in einer tieferen Sechserrolle gespielt hat oder etwas höher als Zehner. Er war immer auf seinem Niveau und deshalb ist er für mich hier auf jeden Fall gesetzt. Alternativ muss ich natürlich Toni Kroos erwähnen. Es war sehr knapp, dass er es hier nicht rein geschafft hat und es tut mir auch so ein bisschen leid in seiner letzten Saison. Aber ich musste mich irgendwie entscheiden, habe es jetzt so gemacht. Ansonsten muss man noch Baena erwähnen. Von Villarreal war der Top-Vorlagengeber, glaube ich, vergangene Saison. Valverde war auch wirklich gut für Real Madrid und auch Mikkel Merino kann man erwähnen. Auf der Zehner-Position musste ich die wohl schwierigste Entscheidung treffen, denn ich wollte beide drin haben, konnte es aber nicht machen. Ich habe mich letztendlich für den Spieler entschieden, der bei der schwächeren Mannschaft gespielt hat. Und zwar für Isco, der nochmal echt eine starke Saison mal wieder gespielt hat für Betis Sevilla. War damit Abstand der beste und wichtigste Spieler, viel kreiert aus dem Zentrum heraus, teilweise auch halb links. Und der war für mich einfach der Unterschiedsspieler für die und musste deshalb hier rein. Und dementsprechend hat es tatsächlich kein Atletico-Spieler reingeschafft, denn Antoine Griezmann wäre die Alternative gewesen, der es sich auch zu 100% verdient gehabt hätte. Aber ich musste irgendwie eine Entscheidung treffen, denn auch die anderen Offensivspieler waren für mich gesetzt. Und auch da gibt es vor allem im Sturm Alternativen, die ich auch gerne drin gehabt hätte. Also man sieht schon, im Mittelfeld und der Offensive gab es deutlich mehr Spieler, die stark waren und hier hätten rein müssen. Aber ich kann mich halt eben nur für 11 Spieler entscheiden. Kommen wir zu den Flügelspielern und starten erstmal auf der rechten Seite. Auch wenn da jemand spielt, der eigentlich nur über die linke Seite kam. Aber ich habe jetzt einfach zwei Linksflügel in der Startelf drin. Und rechts ist das erstmal Savio, der bei Chirona der herausragende Tripler auf dem Flügel war. Kam eben meistens über links. Ich würde ihm aber als Linksfuß auch locker zutrauen, über rechts zu spielen. Ist generell ein Spieler, der viel kreiert, aber auch mittlerweile selbst Tore erzielt. Kann am Gegenspieler sowohl innen als auch außen vorbeigehen. Und er hat als extrem junger Spieler eine herausragende Saison gespielt und musste hier auch rein. Erwähnen kann man an der Stelle Gerard Moreno, der bei Villarreal so ein bisschen aus dem Zentrum abgewandert, auf den rechten Flügel ist. Und auch ein Takefusa Kubo von Real Sociedad. Und links spielt er natürlich Vinny Junior. Da hätte man jetzt auch nicht unbedingt was anderes erwarten können. Hat wieder mal eine sensationelle Saison gespielt. Und dementsprechend ist er wie auch schon letztes Jahr in meinem Team der Saison. Da führt er eigentlich kein Weg dran vorbei. Auch wenn es da noch eine gute Alternative gab mit Nico Williams. Da werden viele vielleicht jetzt so ein bisschen staunen, dass ich den hinter Savio rate. Aber wenn man nur auf die Saison in der Liga schaut, war die nicht ganz so gut. Natürlich war die stark. Er hat vor allem, was die Chancenkreation angeht, extrem gute Zahlen geliefert. Aber vor allem die Pokalsaison, in der Athletic Bilbao ja den Pokal geholt hat, da war er extrem stark. In der Liga auch. Aber nicht so, dass ich ihn hier jetzt hätte reinpacken müssen. Und jetzt ist noch eine Position offen mit dem Sturmzentrum. Und da war es wirklich auch extrem schwer. Weil da sind drei Spieler, die ich hätte reinpacken müssen oder können. Und ich habe mich letztendlich für Artem Dovbik entschieden. Man weiß, wenn man mich schon lange verfolgt, dass ich auf jeden Fall ein großer Fan von ihm bin. Schon zu seiner Zeit noch in der Ukraine, als ihn keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Jetzt seine erste Saison in einer Top-5-Liga. Und da ist er direkt so eingeschlagen. War letztendlich sogar der Top-Scorer der Liga, also die meisten Tore und auch einige Vorlagen geliefert. Und dementsprechend führte kein Weg an ihm vorbei, auch wenn er starke Konkurrenz hatte. Denn ich habe auch überlegt, einen Sirloat reinzunehmen von Villarreal. Die haben jetzt nicht die beste Saison gespielt, auch wenn die Rückrunde wieder ganz okay war. Aber er persönlich hat tatsächlich 23 Tore erzielt und auch sechs Vorlagen gegeben. Also das war individuell auch eine sehr starke und überraschend starke Saison. Und der Allstar Iago Aspas bei Celta Vigo hat wieder mal neun Tore, aber auch zehn Vorlagen gegeben. War extrem stark, was herausgespielte Großchancen angeht. Und das hat mich tatsächlich überrascht, vor allem in dem Alter. Ist ja mittlerweile 36 Jahre alt, wird sogar demnächst 37. Und deshalb habe ich auch lange überlegt, musste mich aber letztendlich für einen Stürmer entscheiden. Und das war dann eben Dorfbück. Und Ante Budimir und Lewandowski muss man natürlich qua ihrer Zahlen auch erwähnen. Auch wenn die letztendlich nicht ganz so stark in der Verlosung waren. Somit, wenn man letztendlich das ganze Team betrachtet, sind die jetzt nicht auf allzu viele Vereine verteilt. Ich habe tatsächlich drei Spieler vom Meister von Real Madrid. Zwei Stück vom Barcelona. Aber dann tatsächlich vier Spieler von Girona. Aber ehrlich gesagt, für die Leistung, die sie erbracht haben, ja, da steckt die City Group dahinter. Aber dennoch aus dem Spielermaterial das rauszuholen, dass die so stark performen. Da finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt, dass ich von ihnen am meisten Spieler drin habe. Und dann hatte ich natürlich noch zwei Spieler mit individuell herausragenden Leistungen. Von Beti Sevilla und Udi Las Palmas. Wenn man das jetzige Team mit dem aus dem Vorjahr vergleicht, was ich damals gemacht habe, dann ist da tatsächlich nur Vinny Junior gleich, der auch im Vorjahr drin war. Ansonsten keiner. Aber auch nur wenige Spieler, die jetzt auch in diesem Team erwähnt wurden. Also da gab es schon einen kleinen Wandel, was die Leistungsträger der Liga angeht. Letztendlich bin ich mit meinem Team ganz zufrieden. Auch wenn ich da ein bisschen Bauchschmerzen hatte, was die Besetzung mit Bellingham angeht, so weit hinten. Aber so war einfach das Leistungsniveau in der vergangenen Saison, dass defensiv eher weniger Spieler performt haben wie offensiv. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Letztendlich kann ich so damit aber auf jeden Fall leben. Aber was sagt ihr zu meinem Team zur vergangenen La Liga Saison? Schreibt mir gerne alle eure Gedanken in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.